This could be us, so back to what I was saying This could be us Take us Das war komplett, hoffentlich kann ich jetzt drauf Ich glaube schon, oder? Okay, ja, okay, bin drauf Hab den Effekt noch Ich glaube es ist offen Ich weiß nicht Also es hat gerade gebackt, anscheinend, nicht wundern Okay, okay, okay Ist hier irgendwas Ich denke jetzt nicht Viel Tiers hab ich noch Tierspitze, viel Tiers noch Ich hab einen Steve-Skin, perfekt Ich wundern wegen der Skinpacks, die waren wegen der AP Okay, okay Ich fahr einfach mal straight weiter Mal gucken, wann wir noch ein Tiers finden Ich geh ein kleines bisschen höher Warte mal, ich will mal Ich will jetzt irgendwie zurück in die Würde, ich weiß nicht warum Ja, ich hab alles zugebrochen Ja, ich hab alles zugebrochen Hm, fehlt noch Helm und ich glaub Ja, schon noch Nee, ich geh noch ein bisschen höher Wieviel hab ich Na, Gold halt Notlose Sachen Scheiße Ich muss noch mal mit mir täglich auslernen Okay, ja, wie viele sind drin? Na, geht Ist das an die Sied oder Kies? Nicht wundern, wenn ihr was im Hinterkont hört Ich will aus diesen Tiefenschiefer-Dingspunkts raus Bruchtiefenschiefer, ja Aber irgendwie triggert mich das Okay, jetzt nochmal laut Na, ich find die halt nix Hatte ich mich irgendwas liegen gelassen? Ja, glaub nicht Ich finde das Tiefschiefer-Ding Ich würde mich einfach nix Ich geh wieder runter. Ich muss mir noch Obsidian holen. Von Verzauberungstisch. Tuff. Was ist Tuff, Digga? Ich hab diesen Block noch nie gesehen. Tuff. Goldheim bräuchte ich nicht. Ich versuche noch mal hoch zu gehen. Mh, scheiße. Die Border ist halt glaube ich nicht relativ groß. Mh, weiß nicht. Es kommen auch welche. Jetzt ist es rein. Es gab halt gerade einen Bug, dass es irgendwie niemand rein joinen konnte. Okay? 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 Okay. ja diesmal ist nicht so gut die ausbeute aber letzte letzten letzte aufnahmen waren richtig gut egal einfach komplett was ist denn jetzt schon wieder los leider bin ich halt jetzt allein und deswegen kann ich halt schlecht also ja sei blöd man muss jetzt gucken wie ich das schaffe ja ich glaube diesmal werde ich jetzt hier nichts großartiges finden ich gehe mal noch ein bisschen tiefer wie tief ist noch mal die maximale höhe wisst ihr was richtig bitter wäre wenn ich in lava fallen würde aber anscheinend wird meine höhle gegönnt voll aber ist irgendwie ist man es in der version irgendwie richtig scheiße gewonnen findet gefällt gar nichts wirst du einbringend so gut wie gar nichts mehr aber ein baus hat sehr gefährlich in höhlen unterwegs sein er wird in der lavasee ich habe keinen bock dass jetzt irgendwo reinfalle ja wie viel aber will hier noch sein ich sehe es sei irgendwo in der lava paar diamanten die ich übersehe ich bin gerade fast in die lava gelaufen wird es dann wird es dann komm schon ich muss doch noch irgendwas finden sind hier so viele kleine slimes und ein essensproblem habe ich auch ich habe nur noch neun fleisch ja stimmt ja da habe ich noch ein bisschen ich glaube das ist eine höhle ich glaube das ist eine höhle schon in 60 sekunden was das denn naja ist ein bisschen mager was ich gefunden habe eigentlich halt rein gar nichts ich bin noch im teo und dann kann ich noch irgendwas schnell finden 3 sekunden ich glaube das ist eine Sackklasse oder 15 die 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 an ok warte ich ja ok ok ja wir haben mehr zeit bekommen weil der hals weniger zeit haben um drauf zu kommen das ist halt safe eh nix komm schon dass hier noch irgendwas sein das sind eisen bräuchteisen 22 in ok ja 22 wie jetzt ja ok keine ahnung ich hab ich hab gar nichts gecheckt war jetzt nicht so das ist ja ich hab dann mega ciao ciao